Reines Kauleiste, zu des Drachen Zahngesundheit Text von Benziller Vorab, ich bin weder Zahnarzt noch Student der Zahnmedizin, auch kein zahnmedizinischer Fachangestellter, mein Wissen beruht allein auf Fachliteratur, die ich als medizinisch interessierter Laie gern lese, sowie aus eigener Erfahrung mit dieser Thematik. Konnichiwa, Mettl Die Kieferfehlstellung mit dem ausgeprägten Unterbiss des Orgers ist ja hinlänglich bekannt, die Tatsache, dass sich Rita und Rudi nicht darum kümmerten, als man es während des Wachstums noch hätte kieferorthopädisch korrigieren können reiht sich ein in die übrigen Anzeichen der erzieherischen Fehlleistung seiner Erzeuger. Ganz sicher gab es auch an der Bretterpenne eine regelmäßige prophylaktische Zahnuntersuchung mit Brief an die Eltern im Falle eines Befundes. Heute könnte allenfalls noch eine kieferchirurgische Operation helfen. Es ist schwer zu sagen wie es mit Reiners Krankenversicherung ausschaut, Fakt ist aber, dass er wohl schon länger nicht mehr bei einem Zahnarzt gewesen sein kann, sonst würde es im Drachenrachen nicht aussehen wie damals in Stalingrad, als Rudi noch dort hauste. Ist er womöglich ein Angstpatient, oder übernimmt die Kasse bei Ruhn der Mitgliedschaft durch Beitragsschulden nur noch Notbehandlungen bei akuten Schmerzen? Oder bildet er sich in seinem Narzissmus ein, als höchstes Wissner auch die stabilsten Hauer zu besitzen? Zumindest scheint ihm der Wurzelrest des ausgeschlagenen Zahns aus dem Oberkiefer entfernt worden zu sein, sonst hätte das schon längst zu einer massiven Entzündung mit starken Schwellungen im Gesicht, vor allem im Bereich der Nase entlang aufwärts bis zum Auge geführt. Auf aktuellen Bildern schaut es allerdings wirklich schlimm aus um seine Kauleiste. Bedingt durch die Fehlstellung des Unterkiefers dominieren auf Bildern meist die unteren Frontzähne, und da schaut es echt übel aus. Eine recht große schwarze Stelle deutet auf eine tiefe Karies hin, Rainer dürfte dort auf jeden Fall Schmerzen spüren, wenn er dort mit etwas kaltem oder warmen Berührung kommt. Es wird er wohl nicht mehr lang dauern, bis er richtige Schmerzen bekommt. Ist der Nerv bereits abgestürben, lassen natürlich auch die Schmerzen nach, und unser dummer Elle denkt es sei ausgestanden. Doch die Karies wütet und frisst sich weiter, und nach Erreichen der Zahnwurzel bildet sich ein lustiger Abszess am Kiefer, der fürchterlich pochende Schmerzen mit einer starken Schwellung des umliegenden Weichteilgewebes verursacht, die berühmte dicke Backe. In so einem Stadium helfen irgendwann auch keine Schmerztabletten mehr. Dann hilft entweder eine Wurzelbehandlung, oder ziehen. Man möchte sich gar nicht ausmalen wie die nicht sichtbaren Seiten- und Backenzähne aussehen mögen. Verfärbungen die auf Karies hindeuten können hat er jedenfalls auch an den sichtbaren oberen Schneidezähnen. Vielleicht fallen ja in letzter Zeit die angekündigten Videos und Streams aus, weil rein alle Zahnweh hat und die von der guten Merrien vorbesprachten Schmerztabletten nicht mehr richtig helfen wollen? Sein Zahnfleisch wirkt stark gerötet und geschwollen, man sieht wie es an einigen Stellen fast schon wulstartig aufgequollen ist. Das sind Anzeichen für eine akute Entzündung durch Plekbakterien. Die Zahnhälse wirken teils auch schon so, als stünde sie weiter hervor als sie sollten. Das ist ein deutliches Anzeichen, dass es unser Drachenlord mit der Mundhygiene nicht sehr genau nimmt und der Schmand zwischen den Zähnen nicht bloß von der letzten Mahlzeit stammt, sondern schon länger dort klebt, vielleicht schon zu Zahnstein geworden ist. Es scheinen sich an den Zahnhälsen auch bereits tiefe Taschen gebildet zu haben. Das kann bereits eine fortgeschrittene Paradontitis sein, eine Entzündung, die auch schon auf den Kieferknochen übergegangen ist, wodurch ohne Behandlung immer mehr Knochensubstanz verloren geht, sodass der Zahn irgendwann keinen richtigen Halt mehr in seinem Fundament hat, sich lockert und eines Tages ganz verloren geht. Sein Mundgeruch dürfte aktuell sehr heftig sein, das wird bestimmt wie aus dem Gully stinken. Seine imaginären zwei Mädels stört das aber gewiss nicht. Sollte er doch mal in die Verlegenheit kommen und zur Zahnbürste greifen, so wird er beim Putzen im Mund bluten wie ein abgestochene Schwein. Aber er hat ja die Art harte und stabile Zähne, genauso wie er ein starkes Immunsystem hat. Als ob. Es sind ja nicht nur die Zähne, die darunter leiden. Akute Entzündungen dort können sich auf den gesamten Organismus auswirken. Es kann sich eine Entzündung des Herzmuskels ausbilden, es können sich auch rheumatische Entzündungen der Gelenke bilden. Durch beides wird seine körperliche Leistungsfähigkeit noch weiter abnehmen, insgesamt trägt es zusätzlich dazu bei, dass er wohl kaum das Alter seines Vaters erreichen wird. Zudem ist auch das Rauchen absolut schädlich für die Zähne, wird doch die Durchblutung der feinen Gefäße im Zahnfleisch gestört. Auch seine vermutlich vorhandene Diabetes wird sich weiter schädigend auch auf seine Kauleiste auswirken. Auf jeden Fall werden es demnächst einige Zähne sein, die ihm fehlen. Aber wahrscheinlich sind auch dieses Mal nur die bösen Haider schuld. Verlinkung unter der Beschreibung Sein Narrator mit Lofu Kuro Ruhan